Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video Minecraft Leben mit dem Fabi So, äh, ich bin stehen blieben bei der Mine ein bisschen Schuhn oder zu machen, wenn man das so sagen kann Und Fabi baut da in der Bruchbude Ich brauch Putze hier So, ähm So, ja So schnell hebt man mal kurz den Stack aus So So Wann mein Inventars wäre so unaufgeräumt? Du hättest einfach den fertig gebrannten Stein nimmst, nö, brennst dir selber noch Stein Eieieiei Eieieiei Gehen Goldstone Ne Stone Und verwandeln den Jeweitschens Aus Er ist zu dunkel für'n Keller Fröhlich genug Ne Wann will ich da ja nicht einziehen? So Boah, ich wollte das unbedingt mal machen So ne Kanalisation bauen Mhm Und drüber du dann sozusagen Öl, den du in Minecraft halt produzierst Einfach so Entsorgen kannst Habe ich einmal angefangen Weil es ist halt mega aufwendig dann wirklich überall einen Anschluss zu finden in den Häusern Mhm Wo der dann auch einigermaßen gut aussieht So Soll ich den Stein reichen jetzt noch? Da 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 Ist das auffällig? So Könnten wir Könnte man das noch machen? Dachboden Also nicht Dachboden Sondern ja doch Doch Dachboden Ja Ähhhh Alter, scheiße das Danke So So Und natürlich Was ihr da unten jetzt veranstaltet Gar nichts Danke Danke Geilige, Mutter Maria Was denn? Ja Richtig geil aus Scheiße, ne, ist was denn da, meinst du da? Eieieieieiei Im defekt, ähm Wie viel Material wir gerade haben davon Ich bin Und Ich bin So Oh, Gott. Ich bin jetzt auch noch. Gut, mal fallen. Ich bin jetzt noch ein Wunsch. Äh, nein, Goethe, hörst du das? Oder so. Oder sind die eigentlich auch immer abgestellt? So, ähm. Okay. Na, 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 na. So. Machen wir das nicht? Gucken, wie das aussieht. Alter. So ein bisschen. So ein bisschen erhöht. Ausi. Ausi, ich flieg hier fast weg. Hoffentlich. Alter, diese Miene. Keiner gibt's, glaub ich, so viel Mühe bei diesen scheiß Grundstücken. Ich hab ja, äh, nee, warte, war ich heute Morgen oder gestern bei dem? Nee, gestern. Das, ja, ja, ja. Gestern Morgen. Auf jeden Fall, der hat, ich glaub, ein Grundstück, wo der gemietet hat, sozusagen. Und eins, wo der nur sämtlichen Müll, den er nicht mehr braucht, drauf lagert. Okay. Nein. Ja? Er hatte da drei Reihen Kisten. Dreifach, ne? Mhm. Die waren, soweit ich das mitgepickt hab, alle voll. Ist klar. Dann ist unsere Lagerbeständigkeit eigentlich noch winzig. Für ihn war das Anfang-Niveau. Der hat Montag angefangen, ne? Ja, Mann. Er hat diese Geräusche im Blitz ist da so abgehackt. Das ist teilweise so übertrieben laut. Ja, das auch. Fertig. So. wohnungsbezugsfertig also so was kann ich noch hören dann das ist ja richtig schön ich würde gern die Decke noch rausnehmen aber ja das ist das Problem halt mit der Oberfläche er hat die halt so na gut wenn er jetzt nicht schon fertig wäre es hätte ich gesagt zieh das ganze einen runter das ist verarschen warte mal also hat auch stört ist die Kante das Tor muss eins noch ah man war hier über die Mine müsste eigentlich so eine Freude äh hat gerade der Blitz eingeschlagen ja bei uns ich glaube ja sagen wir die Mühle nicht brennt oder so so wir nehmen hierbei nix ich glaube wir können die Farm anschmeißen oder ja kannst du mal Juhu Wir fließen warte 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 ich bin jetzt fließen wiiii ok wiiii ne Ebel doch nicht ok lass laufen Jetzt bin ich mal gespannt, wie voll die Kiste jetzt da unten ist Nicht so viel, weil es ist ja nicht so eine große Form Ja, reicht aber trotzdem Da kommt trotzdem einiges zusammen Autsch Also zu Anfang haben wir immer überzogen Und jetzt denke ich immer, wann ist die Folge vorbei Ähm Nö, hier ist ein Riesenbaum entstanden Da habe ich jetzt keinen Bock drauf, den abzuholzen Ich hasse die Gießen-Bäume, Alter Ich lasse die teilweise einfach stehen, weil sie mich so ankotzen So, ähm Achso, ja Hier haben wir doch das lange, Alter Kann ich mal aufhören hier Ist ja abartig, Alter, da gehe ich ja lieber hier in die Mine Hier ist schön Ja, sagen wir schon hier Ja, hier ist viel schöner hier unten Hier hört man nichts Hier sieht man nichts Hier riecht man nichts Danke Wir müssten jetzt Wenn über dem Mieneingang hier Noch so ein Gebäude steht Dann hörst du nämlich theoretisch hier schon nichts mehr Weil hier ist ja trotzdem noch dieses Geplätscher Oder man macht die Decke oben dicker Das geht auch Das soll im Kinn aussehen, das soll immer blau hart Ja, ist okay Warte, nee, warte, da lang geht's ja hoch Man ist Ich kann hier so ne Reihe Koppels doch noch reinziehen Naja, ist auch scheiße Fackel Da Guck was da So Jetzt weiß ich, wieso es hier so kalt ist Mhm Das Das hat fans offen Ja, das wurde irgendwann kalt Lol Hier sind die Walds, die können angucken, aber die gibt es gerade noch nicht Ja gut, ich meine, was kommt da auch runter, ne Was dreifach an Körnern runter Das fühlt jedenfalls Ähm M-m-m-m-m-m-m Was brauchen wir jetzt hier Agil, Kobel, Stone und Stone Und an Wer sieht's als jetzt aus der mine rein falls jetzt in die mine raus möchtest geht das gerade nicht was in ja so und so Wettel dann da einer hier. Oh ne. Jetzt mach ich grad den Fabi noch. Was denn? Krieg die ganze Welt kaputt. Mann. Arschbacke. Nein, 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 nein. Da. Äh. Das sieht ja schon aus. Ja, ich weiß. Die Sache ist, wenn wir das so machen, da ein Dreierturm, da ein Dreierturm, da ein Dreierturm, da ein Dreierturm. Da ein Dreierturm. Dann könnten wir... Ja, da hätte ich aufpassen sollen, egal. Äh. So, so und so. Das kann wieder zu... Kannst hier theoretisch jetzt dein Wunschmaterial einbauen. Nee. Doch. Nee. Es war schon. Das, was ich gestört hab, war hübsch gerne, Leute. Ich meinte hier vorne, du wolltest ja hier den Durchgang, da wolltest du ja ein anderes Bodenmaterial haben. Und nicht die Erde. Ja. Ganz für die Decke. Und dann. Da sehen ja alle so gleich aus. Dann baut er einen Unterschied dran. Das versuch ich ja schon. Das Problem ist halt, ich hab jetzt zum Beispiel nicht genug Ton. Ton zu finden dauert Ewigkeiten. Ton. Nein. Nein. Geht eigentlich. Also. Dreh. Clay. Du brauchst ja Clay, damit du Ziegel machen kannst. Mhm. Hat jetzt keinen Sinn. Das bauen wir einfach später nochmal um. Okay. So. Ähm. So. Ähm. 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 So. Dann. Dann. ... Eigentlich mal wieder meine Axe für mich. Ah ne, die hab ich ja sogar. Ups. so dass keine Axt verdient dann verbaut es schon wieder dann verbaut es nicht das wird auch helfen so so ich kann super real da 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 so heißt ich würde sagen das was ich sehe ist in Verletzungen gestanden es ist und das war auch ein schönes Tag auch und tschau